Ich will nicht den Spiefer Erwa spielen, aber ich habe echt keine Lust auf den Kasten. Vor allem die Jungs wollen ja auf Save richtig reinölen. Ersin, ich kenne Ersin. Ich weiß nicht, mit wem er zockt. Ich kenne nicht mit Nova oder so. Aber da bin ich echt nicht der richtige Mann für. Das habe ich gar nicht gesehen, dass er im Chat war. Sorry, das habe ich wirklich nicht gesehen. Bei Gott habe ich nicht gesehen. Bei Marlow, bei meinem Hund, habe ich wirklich nicht gesehen. Aber da bin ich der Falsche. Wenn du das hörst, Ersin. Lass mich hier nämlich gerade brechen. Wie tötet... Wie tötet der mich da? Er hat sich doch gerade gesaved fest. Ich schieße ihn zweimal an. Hä? Digga, ich verstehe das bei Gott nicht. Was ist denn los bei Ersin? Er spielt Custom-Tourne und jemand hat Internetprobleme, oder was? Oder was da alles ist, das Ding? Erzo kennt mich auch schon zu gut, ja. Was soll man da nicht hochkommen? Schux hat Probleme. Nova hat sich verschlafen. Nova hat sich verschlafen. Ist Nova in einer anderen Zeitzone gerade? Chad, gleich vergesse ich mich hier, ne? Warum lande ich da eigentlich nochmal? Ich kann die gar nicht töten. Ich bin ja schiefen. Ah, die jagen, wisch! So, du Sau, wirst jetzt gefinished mit Raketenwerfer. Du wirst verprügelt. Ja! Ihr Nutten! Das habt ihr verdient. Und die Teammates, wie sie sich um mich kümmern, hast du gesehen, wie er gerade gecoot hat, ob es mir noch gut geht? Holy shit! Was haben die sowas von verdient, Chat? Paketenwerfer ans Wasser schießen. Warum denn nicht? Warum denn auch nicht? Was ist da los? Fubat Steinhoff für acht Monate als Beruhigung der Primes hat. Dankeschön für den Prime. Der ist wirklich beilsam für die Seele. Da haben wir eigentlich schon neun Kills. Ich habe einfach vier Kills nicht bekommen, weil die sich gerestet haben vor meinen Augen. Und direkt den nächsten Helichron. Wo sind denn hier die Gegner? Rolf und Dive hat leider nicht geklappt. Oh. Oh. Das sind einfach drei. No! No! Oh, das sind sogar vier. Schön wieder Arsch an Arsch. So nice. Well played, well played. Ich wollte kurz rausspringen und ein bisschen Spaß haben. Not working, weil alle vier einfach nebeneinander laufen. Egal, Low Dot ist safe, weil unsere Teammates gehen auf jeden Fall nicht zum Low Dot. Das heißt, wir haben eine ganze Runde für Low Dot. Das hüftet einfach Brots. King Kirmes. Die macht es aber Spaß, glaube ich. Ja, die waren gerade, die waren halt sehr, also sehr unvorteilhaft aufgeteilt, ne? Könnte ich nicht viel machen. Hier habe ich jetzt einfach den ganzen Leuten. Ich habe einen ausgeschaltet. Ich habe einen ausgeschaltet. Ich habe einen ausgeschaltet. Ja, passt wirklich auf das Paket. Ich hoffe, er passt nicht immer noch auf. Ich hoffe, er passt nicht immer noch auf. Was für ein Fein, wie war das denn? Ich habe nichts gesehen oder auch gehört, außer der Ansage da. Der ist ja gleich noch. Ja. Was ist das hier für ein Spiel? Warum höre ich nichts? Er landet neben mir. Er cuttet sein Fallschirm. Er schlägt mich dreimal. Bruder, was, was machen denn diese Entwickler hauptberuflich? Was, was ist denn deren Job? Oh, das ist doch nicht mehr normal, Alter. Das kann man mir doch wirklich nicht mehr erzählen. Was ist das hier für eine Scheiße? Das hat ja auch nichts mehr mit Damage. Das ist ja einfach, das ist ja nicht mehr ein Beta-Geld. Das ist ja, das ist irgendwie ein, was weiß ich, Alter. Das ist einfach the worst game I've ever played, Bro. 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 Bro, bro, bro. Wirklich, also. Das ist ja wirklich ganz harter Top-Buck. Nice lag. Das ist schlimm. Oh ja, ich höre die Duft hoch. Ich empfehle euch, die Sicherheitszone aufzusuchen. Schutz verkauft beendet. Alle Preise wieder normal. Feierliche Drohne aktiv. Eigentlich nur nachladen. Oh Mann. Chat, komm. Wir versuchen, das Ruder nochmal rumzureißen in der Runde, okay? Wir versuchen es. Ich kann ihn nicht treffen, weil da, by the way, der Shop, der nicht gerendert war, im Weg war. Der Mate hat ja safe Geist von denen, aber ich sehe ihn halt nicht. I don't see him, dude. Ach du Scheiße. Jetzt da rund. Da unten sind ja irgendwie alle. Warte mal, der eine ist wirklich hier unten, ne? Wir haben hier campen welche mit Cluster-Mine. Geil. Wie war der jetzt? Hatte ich gerade, hatte ich gerade volle Platte hier? Eigentlich oder nicht? Kann der mich kaufen, der Teammate, auf Ehrenbruder-Basis? Ja, 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 zum Shop. Ja, 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 kauf mich, kauf mich. Oh mein Gott, bitte. Bitte kauf mich. Ja, ja, geh zum Shop. Drück, ja. Drück jetzt. Nochmal. Ja. Ja. Let's go. Ach du Scheiße, geht's da oben rund. Was habe ich da gerade gesehen? Da waren einfach, ich habe gerade vier Kills bekommen, oder? Oder drei? Team, Team, Team. Drei gegen ein, gegen ein. Drei gegen ein, gegen ein. Mein Team gegen zwei Solos. Wo sind sie? Wo sind sie, die Solos? In den Katakomben vielleicht? In der Unterwelt? Fand ich auch ganz wichtig, dass sie die Unterwelt in Ashika 1 nochmal reingemacht hat. Die Map ist ja auch nicht so groß genug. Da kauf mich schon wieder, Chat. Ist das ein geiles Team? Der Typ ist in der Underground. Am Gassterben, der Typ. Die Arbeit hier ist. Nice. GG. Nice. Feinies. Feinies. Geil. Da sind wir. Aus der Höllenrunde wurde noch ein Sieg. Wenn das auf dem Feiningkanal anlandet. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich bin rum vor dem Spiel. Man hört nichts. Time to Kill beträgt 0,002 Sekunden. Alle spielen Feuer Shotgun. Alle campen. Es ist echt harter Tobak. Es ist wirklich harter Tobak. Ich kann das Loadout sehr gerne zeigen. Ja. Klar. Außerzeichen ISO ist die ISO. Und Mods können wir jetzt ein Command für die MP5 machen. Bitte ein neues. Ein neues. Oops. Das ist, das ist ein neues. Was? Nein. Eine andere Sache.